Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sunkenland. So, der Lut gestern bei der Polizeistation der Wahnsinn, beziehungsweise in der gestrigen Folge. Es ist nachtnah super. 4.06 Uhr, sehr schön, ja toll. Ich zünde heute die Feuer hier nicht an, aber genau das wollten wir uns bauen. Eine Betäubungs-SMG und eine Army-Weste. Das machen wir gerne mal. So, was brauchen wir dafür? Brands hier? Ja, hier Brands. So, also die 8 Stück, 6 Stück und 3 mal Klebeband. Okay, schauen wir mal, ob wir das haben. So, 8 Stück, yeah. Wow, wir verbrauchen schon wieder das ganze Zeug hier. So, egal. Dazu ist es ja da. So, dann schauen wir mal. Yes, dann SMG. Yeah. Pistolenmunition verbraucht die. Ich würde die echt gern testen. Okay, so. Und jetzt haben wir eine kaputte Armee-Weste. Nö. Das war die falsche. Das ist sie. Ar-A-M-E-Weste. Hier. Stahlbahn. Na klar. Okay. So. Na dann. Muss das hier wohl noch warten. Dann haben wir mal den hier. Bam, bam. Moment. Bam, bam. Und Klebeband. Klebeband im ganzen Land ist wohl bekannt. Ja, in der falschen Kiste, aber. So. Super. Super, super, super. So. Der ist leer. Na dann. Mal schnell aufpumpen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Ausfall. Oh, wir können ein Boot bauen. Ein Boot bauen. So, der geht eh gleich auf. So. Ballery haben wir noch genug. So. Mitnehmen. So, wir stellen uns mal da raus. So, wir brauchen. Ja, das packen wir gleich mal da ein. So. Äh. Boote. 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 Hier. Oh ja. Okay. Gut. Dann. Äh. Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dieser Werkzeugkasten. Wir entfernen aus diesem Werkzeugkasten. Mal alles, was zum Trader gehen soll. Also, zu ihr. So, wir haben hier Kleidung. Bam. Yeah. Das ist keine Kleidung. Und dann haben wir hier wertvolles Zeug. So, dann haben wir hier noch das hier. Das braucht man nicht mit. Money nehmen wir diesmal sehr wohl mit. Und verschiedene Sachen. So, jetzt wollen wir da aus der Höhlenkiste noch. Oh, schön. Da liegt ja auch noch. So. Super. Bam, bam, bam. Und hier. So, jetzt schauen wir noch kurz zu den Füschen. Fisch. 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 So. Da müssen wir unser Projekt, unser nächstes, da hinten müssen wir auch noch fertig machen. So. Weil da haben wir noch eine zweite kleine Insel gebaut. Super. Nein, Holzplanke. Ja, ganz toll. Upsi. So, Mellowfass. Das kommt da rein. So soll es sein. Wir haben vier Stück davon. Da, 3, 3, 3. Das ist gut. So weit, so gut. So, das kommt da rein. Das nehmen wir auch mit. Super. Da drüben. Haben wir das hier. Ich würde euch sagen, wir pflanzen dieses Zeug hier ein. So, die Kartöffel packen wir da unten hin. Nein. Da unten hin. Dann machen wir mal den hier. So. Und jetzt brauchen wir noch Erdbeeren. Super. Rein mit den Erdbeeren. Na. So. Das Arroes-Fischzeug. Nö. Das gehen wir da rein. So. Arroes. Arroes. Da freuen wir uns aber auch. Das ist schon... Okay. Da ist unser Bötchen. Schauen wir mal kurz, was wir da haben. Wo ist jetzt die Spitzhacke? Sicher da unter Werkzeuge. Ich nehme sie trotzdem mit. Reparatur haben wir nicht mit, weil wenn das Boot versenkt wird, wird es versenkt. So. Kommt da rein. Super. Noch eine Sache. Was man nicht im Hören hat, hat man in den Füßen. Ich nehme das auch mit, nämlich. So. Und wenn wir gerade so toll dabei sind, machen wir diesen hier. So. Super. Hier haben wir die Batterie. Batterie wie noch nie. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und wir freuen uns mal. Auf das, was uns hier erwartet. So. Moment. Das Bürgerzentrum. Nö. Ich würde da gerne da nach hinten. Hinter die Polizeistation. Wobei ich würde echt gerne noch mal zur Polizeistation. Ja, weil man kann nicht alles dauernd immer haben. So. 8, irgendwas Liter. Das werden wir schön kriegen. Hm. 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 würde mich so sehr animieren. Einfach mal vorbeizuschauen. Die Polizeiwache, da sind wir. Naja. Die Insel da hinten würde ich auch toll finden. Machen wir zuerst die Insel? Nein, ich will wissen, was das da ist. Das da. Da stehen doch ganz sicher witzige Menschen. Da oben. Gucke an. Habe ich den erledigt? Schreckenburg. Okay. Schreckenburg. Was sind das? Die Plünderer. Fraktionen. Die Plünderer. Drei Inseln haben die noch. Ah ja. Schauen wir mal. Oh, da steht ja auch einer. Ach, jetzt bewegt er sich aber auch. Ist er tot, Jim? Ja. Oh, da unten sehe ich zwar keinen. Oh, da oben wieder. Guckst du? Guckst du da noch? Oh, da oben ist noch einer. Ich hoffe, er ist tot. Ich hoffe, er ist tot. Ja, kann man jetzt sagen, unfair, aber schnüffern ist so. Ah, da. Ah, da. 245. Ah, okay. So, gibt aber noch Feinde, weil sonst wäre das Ganze nicht mehr rot. Ger lithos zum Dropdown schon, wenn man halt. Sorry. 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 Ah, okay. Also im Moment sehe ich keine, bin mir aber sicher, da laufen noch genügend rum. Soll ich mit der Pistole an Land gehen? Ich dachte, das ist einer. Oh, ist das fies. Wir schnübbern vom Boot runter, ist auch fies. Ich werde nervös, ich werde nervös. Aber jetzt tendiere ich dazu zu sagen, wenn da noch einer wäre, dann würde es sich ja schon zeigen, oder? Das ist ja nicht so blöd. Die würden dann schnübbern ins Fadenskreuz laufen. Wer würde das tun? Super. Da oben, oder? Ich hätte gerne dieses Visier noch. Wo? Und ich sehe auch keine Be... ... ... ... ... ... ... ... The food is dead. Wir brauchen definitiv einen besseren Winkel. Wir haben schon so viele erschossen. Wenn ich mal sehen würde, von wo der Schuss kommt. Nein. Okay, einmal noch rumfahren und dann gehen wir in den Nahkampf. Dann stürmen wir. Ja. Ja. Okay, ganz langsam. Okay, da kommen wir auch nicht raus. Das ist gut. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Batterie ist gleich leer. Oh, da ist noch immer wer. Was ist das? Oh, das ist natürlich toll. Ja, wobei... Oh. Ach, schön, Militärrucksack. Ein Fischbecken. Ist das cool. So, was lassen wir da? Zwei Gummi. So weit, so klar. So. Ja, toll. Die Batterie ist leer. Haben wir eine Ersatzbatterie? Ja, von ihm hier. Pass auf. Batterie entfernen. Ja. Militärrucksack. Super. So, die Antibiotika packe ich mir da rein. Ist noch immer einer. Jetzt geht die Sonne gleich wieder auf. Oh, ja. Ist das cool. Wir lassen die Schwarzpulver da. Da waren wir schon mal oben. Das ist hier ganz oben. Ja, das kennen wir schon. Oh. Inventar ist voll. Was haben wir denn da? Schroppmetall. Egal. Okay. Danke. Okay. So. Was? Oh. Wir lassen das da. Nehmen wir dafür das mit. Das haben wir da. Das haben wir schon mal. Das kann stacken. Und hier. Wow. So. Components. Klebeband haben wir da gelassen. Yeah. So. Falls noch was geschieht. Antibiotika reinziehen. Bam. Pfeift. So. Money, money. Ach. Zwei Plätze frei. Chemische Substanz. Super. So. Was für eine wilde Location. Wilde Location. Aber. Wir kommen wieder. Oh. Wir wollen den Rucksack bauen. Wir wollen den Rucksack bauen. Schauen wir mal. Au. So. Ja. Oh. Okay. Oh. Die Schreckensburg. Die Schreckensburg. Yeah. Wisst ihr, was ich jetzt gerne zur Entspannung tun wollen würde? Kurz auf die Polizeiwache. Das war wild. Das war wild, meine Lieben. Die Schreckensburg. Wahnsinn. Was für eine coole Location. Oh. So. Nein. Wir fahren dann nach Hause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.